Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, auch bekannt unter dem Namen Bibliotheka Augusta, ist eine international bekannte Bibliothek. Wegen ihres bedeutenden Altbestands aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit ist sie wichtige Forschungsstätte für die Kultur dieser Zeit. Die Forschung wird durch internationale Stipendienprogramme gefördert. Wissenschaftliche Tagungen, kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung werden organisiert. Die HUB ist Mitglied der aus sechs deutschen Bibliotheken bestehenden Arbeitsgemeinschaftssammlung Deutscher Drucke, die eine dezentrale Nationalbibliothek für Deutschland bildet. Im Rahmen dieses Projektes ist die HUB für die Sammlung von deutschen Drucken des 17. Jahrhunderts zuständig. Aufgrund ihres Altbestandes war die Bibliothek auch intensiv an der Erstellung der retrospektiven Nationalbibliografien VD 16 und VD 17 beteiligt. Sie untersteht unmittelbar dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, das die Arbeit der HAB durch einen international besetzten wissenschaftlichen Beirat begleiten lässt. Direktor der Bibliothek war bis 30. Juni 2015 Hellwig Schmidt-Glinzer. Sein Nachfolger ist Peter Burschel. Ein herausragendes in der HAB aufbewahrtes Einzelwerk ist das Evangelia Heinrichs des Löwen. Geschichte Die Bibliothek a Julia Im 17. Jahrhundert galt die Herzog-August-Bibliothek als die größte Bibliothek nördlich der Alpen und wurde als achtes Weltwunder bezeichnet. Gegründet wurde die herzogliche Bibliothek in der Residenzstadt Wolfenbüttel durch Herzog Julius zu Braunschweig-Lüneburg, der während seines Studiums um 1550 in Frankreich begann, Bücher zu sammeln. Nach dem Kauf einiger Ritterromane und von Studienliteratur erwarb er ab 1558 auch theologische Schriften und 1567 erstmals eine große geschlossene Sammlung, die Bibliothek des Nürnberger Stadtsyndikus Michael von Kaden, die vor allem juristische und humanistische Schriften enthielt. 1570 bis 1572 wurden im Zuge der Einführung der Reformation im Herzogtum die Bibliotheken der Klösterdor-Stadt Wöltingerode, Heiningen und Steterburg nach Wolfenbüttel überführt. Am 5. April 1572 erließ Julius eine erste Libereiordnung, die zugleich als offizielles Gründungsdokument der Wolfenbütteler Bibliothek gilt. Zur Verwaltung hatte der Herzog bereits 1571 den Kirchenmusiker Leonhard Schröter zusätzlich mit bibliothekarischen Aufgaben betraut. Schröter gilt daher als erster Wolfenbütteler Bibliotheker. Neuen Zuwachs erhielt der Bestand der Bibliotheker Julia 1578 durch den Ankauf einer größeren Handschriftensammlung aus dem Nachlass des drei Jahre. Zuvor verstorbenen Theologen Johannes Aurifaber sowie aus den Erbschaften von Sophia Jagiellonica und dem unehelichen Sohn Erichs II. Nach Julius' Tod übernahm 1589 sein Sohn Heinrich Julius mit der Regentschaft auch die Bibliothek. Er erweiterte sie um den Nachlass des Theologen Matthias Flatius und um die Sammlungen der Klöster Georgenberg bei Goslar, Brunshausen und Hamersleben. Der nachfolgende Herzog Friedrich Ulrich übergab jedoch 1618 nur wenige Jahre nach seinem Regierungsantritt die gesamte, mittlerweile rund 5000 Handschriften und drucke umfassende Sammlung an die Universitätsbibliothek Helmstedt. Im Jahr 1810 wurden nach Schließung der Universität große Teile der Bestände zurück nach Wolfenbüttel geführt. Die Bibliotheka Augusta, den legendären Ruf der Bibliothek, begründete insbesondere der gebildete und weitgereiste Herzog August der Jüngere, der seit seiner Jugend ein eifriger Büchersammler war. 1611 besaß er auf seinem Hof in Hitzacker bereits mehr als 6000 Bücher, die er in einem ersten alphabetischen Katalog erfasste und in einem eigenen Bibliotheksgebäude unterbrachte. 1625 erforderte die Größe seiner Sammlung die Vergabe von Signaturen und die Anlage des berühmten Bücher-Rat-Kataloges in sechs Folianten. August teilte sein Bestand in 20 Sachgruppen ein, in die er auch neue Werbungen einordnete. Erst 1635 wurde August, der aus einer Nebenlinie der Welfendynastie stammend, eigentlich nicht für eine Regentenrolle vorgesehen war. Bedingt durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges und das Aussterben der Wolfenbütteler Linie in reife Manesalter Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Im Frühjahr 1636 wurde auf Anordnung des Herzogs die Bibliothek wegen der gefährlichen Kriegslage nach Wolfenbüttel verlegt. Sie wurde so vor dem späteren Überfall schwedischer Soldaten auf Hitzacker gerettet. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die Sammlung bereits über 13.000 Bände. Als Herrscher im Schloss Wolfenbüttel, das er erst 1643 nach Abzug der kaiserlichen Truppen beziehen konnte, setzte er seine systematische Sammeltätigkeit fort und beschäftigte Bücheragenten in ganz Europa, die für ihn Bücher ankauften und nach Wolfenbüttel schickten. Der Herzog erwarb jedoch keine geschlossenen Sammlungen, sondern stets nur Einzeltitel, um seine Bibliothek, die er im Marstall eingerichtet hatte. Gezielt zu ergänzen, zusätzlich wurde sie schon zu Lebzeiten Augusts durch zahlreiche Schenkungen und Nachlässe erweitert. Beim Tode des Herzogs war die Bibliothek mit 135.000 Titeln in 35.000 Bänden eine der umfangreichsten Büchersammlungen dieser Epoche. Die Bibliothek nach Herzog August von 1691 bis 1716 nahm der universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz nebenberuflich das Amt des Bibliothekers an. Er behielt jedoch seinen Wohnsitz in Hannover und reiste nur gelegentlich nach Wolfenbüttel. Leibniz erstellte den ersten alphabetischen Katalog, Vergrößerte abermals die Bestände und regte wohl auch den Bau eines neuen Bibliotheksgebäudes an. Diese sogenannte Rotunde wurde von 1706 bis 1710 als erster selbstständiger profaner Bibliotheksbau Europas auf Veranlassung von Herzog Anton Ulrich. Durch den Baumeister Hermann Korb errichtet. Auf dem Dach trug sie einen vergoldeten Himmelsglobus, der den allumfassenden Charakter der Wissenschaften symbolisierte. Aus statischen Gründen wurde der Globus jedoch später wieder entfernt. Ab 1737 kamen zahlreiche größere Privatbibliotheken von Gelehrten durch deren Testamente zur Wolfenbütteler Sammlung hinzu, die zusammen rund 60.000 Schriften umfassten. Darunter befanden sich auch die Bestände des Klosters zur Ehre Gottes aus Wolfenbüttel sowie die 1891 erworbene Humanistische Bibliothek der Herzoglichen Technischen Hochschule Karolo Wilhelmina Braunschweig. Rund 36.000 Bände und hunderte wertvolle Handschriften erhielt die Bibliothek außerdem ab 1752 durch Schenkungen aus dem Privatbesitz der Mitglieder der Fürstenfamilie, darunter insbesondere die sehr umfangreiche Sammlung des Herzogs Ludwig Rudolf, die dieser bis zu seinem Tod auf Schloss Blankenburg aufbewahrt hatte. Die Bibelsammlung der Bibliothek gründet auf der Sammlung der Herzogin Elisabeth Sophie Marie, die im Jahr 1764 ihre im Braunschweiger Schloss aufgestellte Bibliothek von etwa 4.900 Bänden, davon etwa 1200 Bibeln, nach Wolfenbüttel bringen ließ. Als um 1753 1754 die Residenz des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel nach Braunschweig in das neu erbaute Schloss verlegt wurde, blieb die Bibliothek dennoch in Wolfenbüttel. Gotthold Ephraim Lessing wirkte von 1770 bis zu seinem Tode im Jahre 1781 in Wolfenbüttel. Durch ihn wurde die Stadt zu einem Zentrum der Aufklärung. Lessing ist zu verdanken, dass zahlreiche Schätze, die in der Bibliothek verborgen waren, an das Licht der Öffentlichkeit kamen. Darunter beispielsweise die einzige Handschrift des Hauptwerks Beren Gars von Tuas, Rescriptum contra Lanfrencum und die Stammtafel der Söhne Adams Tarich Benny Adam. Der Dichter verfasste in dieser Zeit sein letztes Werk naht an der Weise und unternahm zahlreiche Reisen. Die eigentlichen bibliothekarischen Geschäfte überließ er seinen Angestellten. Das Wohnhaus, in dem er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, trägt seinen Namen. 1806-07 brachte die französische Besatzung 355 kostbare Handschriften, Blockbücher und Inkurnabeln der Bibliothek in die französische Nationalbibliothek nach Paris. Die Auswahl der Werke nahm Dominique Vivant-Dennen, der Generaldirektor des Museen Napoleon, vor. Den Abtransport führte der kaiserliche Kriegskommissar Stendal aus. Wenige Zeit später gab es im Königreich Westfalen Pläne, die Bibliothek aufzulösen und ihre Bestände auf mehrere Universitäten zu verteilen. Nach Beendigung der napoleonischen Herrschaft wurden diese Pläne jedoch nicht umgesetzt. Im Dezember 1815 wurden die geraubten Werke wieder zurückgeführt, einige Stücke, darunter auch eine 36-zeilige Gutenberg-Bibel. Eine Biblia Paoperum und eine große Zahl von Handschriften verblieben jedoch in Frankreich. Anstelle der kostbaren 36-zeiligen Bibel wurde ein anderes, unvollständiges Exemplar zurückgegeben. Ebenfalls erhielt die Bibliothek einen Großteil der Sammlung der Universitätsbibliothek Helmstedt. Nachdem die Universität bereits 1810 geschlossen worden war, mittlerweile war dort der Grundstock der Bibliotheker Julia Stark erweitert worden. Einige Drucke wurden an die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und die Universitätsbibliothek Marburg gegeben. Zu diesen gehörte eine weitere Gutenberg-Bibel aus ehemaligem Wolfenbütteler Bestand. Ein Exemplar mit 42 Zeilen, das sich seither in Göttingen befindet. Nachdem die Rotunde in den folgenden Jahrzehnten immer baufälliger geworden war, errichtete der Architekt Gustav Bonsack in den Jahren 1881 bis 1886 den Neobarocken Neubau, der noch als Hauptgebäude der Bibliothek dient. 1887 wurden alle Bücher dorthin überführt und die Rotunde abgerissen. Die Bibliothek ab dem 20. Jahrhundert. Von 1919 bis 1926 war die Herzogliche Bibliothek Landesbibliothek des Freistaates Braunschweig. In dieser Zeit erfuhr sie insbesondere unter Heinrich Schneider durch Öffnung für ein breiteres Publikum sowie Verbesserung der Aufstellung und des Kataloges einen neuen Aufschwung. Nachdem 1927 die Bibliothek jedoch in die Museums- und Bibliotheksstiftung von Haus und Land Braunschweig überführt worden war, wurde die Einrichtung lange Zeit nur wenig frequentiert. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Bibliothek im abgeschiedenen Wolfenbüttel nahezu ohne Verluste und Schäden. Die wichtigsten Bestände waren im Schachtgrasleben ausgelagert. Während ihrer Rückführung nach Kriegsende blieb die Bibliothek für zwei Jahre geschlossen. Nach Gründung des Landes Niedersachsen wurde die Institution 1950 wieder Landesbibliothek, nun unter der Leitung von Erhard Kästner, der unter anderem die Sammlung der Malerbücher gründete und Mitte der 1960er Jahre das Hauptgebäude durch den Braunschweiger Architekten Friedrich Wilhelm Kremmer umbauen ließ. Ab dem Jahre 1968 begann der Ausbau und die Öffnung der Herzog-August-Bibliothek zu einer europäischen Studien- und Forschungsstätte für das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Verbunden ist diese Leistung mit dem Namen des Bibliotheksdirektors Paul Rabe. So wurden ein Stipendien- und Forschungsprogramm, eine Publikationsabteilung und ein Schülerprogramm eingerichtet. Nach und nach wurden weitere Gebäude in die Bibliothek einbezogen, sodass ein Bibliotheksquartier entstand. Ab 1978 war die Bibliothek zehn Jahre lang Austragungsort für die Meisterkurse der Internationalen Musikakademie für Solisten. Zu den zahlreichen bekannten Nutzern zählte unter anderem der europäisch-kanadische Philosoph Raymond Klibansky, der bis 1996 regelmäßig in Wolfenbüttel zu Gast war, Bibliothekare und Direktoren der Bibliothek gegenwärtiger Gebäudebestand. Zur Herzog-August-Bibliothek gehören gegenwärtig folgende nahe beieinander liegenden Gebäude. Bibliothekare Augusta, Lessingplatz 1, das Hauptgebäude, darin Direktion, Handschriften, Lesesaal, Fotowerkstatt, museale Räume. Zeughaus, Schlossplatz 12, darin Präsenzbibliothek mit einem großen Teil des Buchbestands, Katalogzentrum, Fachinformation, Lesesaal. Orts- und Fernleihe, Seminarraum, Cafeteria, dort finden auch Ausstellungen statt, Kornspeicher, Schlossplatz 8a, darin provisorisches Magazin. Lessinghaus, Lessingplatz 2, Lessing wohnte dort während der letzten vier Jahre seines Lebens, darin Museum und Gästewohnungen, Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Direktorhaus, Lessingstraße 11, darin Wohnung des Direktors und Restaurierwerkstatt für Handschriften und Grafiken. Leibnizhaus, Schlossplatz 5 Sechstel, darin Restaurierwerkstatt, Arbeitsräume für Stipendiaten, Seminarraum, Einrichtungen für EDV und Forschungsprojekte. Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, Gästewohnungen. Anna-Vorwerk Haus, Schlossplatz 4, im Juni 2013 nach zweijähriger Sanierung wiedereröffnet. Wird für die Stipendien und Tagungsprogramme genutzt werden. Meissner Haus, Schlossplatz 2, darin Verwaltung, Einrichtungen für wissenschaftliche Veranstaltungen, für Veröffentlichungen. Für das Stipendienprogramm und für die Nachwuchsförderung, Lessing Akademie, Forum. Geschäftsstelle der Gesellschaft der Freunde der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel e.V. Von 2009 bis 2014 wurde für 8 Millionen Euro ein neues Magazingebäude durch Rainer Becker Architekten BDR gebaut, das voraussichtlich im Herbst 2014 bezogen werden wird. Außerhalb des unmittelbaren Bibliotheksquartiers, aber in fußläufiger Entfernung, befinden sich zwei Gästehäuser für Stipendiaten und Gastwissenschaftler. Feierabendhaus, Leibnizstraße 6, hier 17 Ein-Personen- und 1-Zwei-Personen-Apartment. Kurt Lindner Haus, Neue Straße 31, insgesamt 20 Apartments. Abgesehen vom Leibnizhaus und neuen Magazin stehen alle genannten Gebäude unter Denkmalschutz. Bestände Allgemein In der Herzog-August-Bibliothek befinden sich ca. eine Million Medieneinheiten, darunter ca. 11.800 Tanschriften, fast 3.500 in Kurnabeln und mehr als 400.000 alte Drucke. Zu den Sondersammlungen der Bibliothek zählen außerdem 15 Blockbücher, über 4.000 Künstlerbücher. Eine Bibelsammlung mit mehr als 3.000 verschiedenen Ausgaben, etwa 13.150 Leichenpredigten, 150 Hülke-Mählde. Die grafische Sammlung mit 12.000 Blättern Holzschnitten, Kupferstichen, Lithographien und Zeichnungen sowie illustrierte Flugblätter, Porträts. 3.000 historische Landkarten, 120 Atlanten und 10 Globen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Die Bibliothek enthält auch umfangreiche Sammlungen von Musikalien, historischen Postkarten, Theaterzetteln und Einbanddurchreibungen. Herausragende Einzelwerke Handschriften Kodex Külpha Bytanus A und Kodex Külpha Bytanus B, griechische Handschriften des Neuen Testaments aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Das Corpus Agremensorum Romanorum, ein Agremensoren-Kodex, illustriertes Handbuch für den römischen Feldvermesser, 6. Jahrhundert. Die Annales Külpha Bytani, Teil der Reichsanalen des Fränkischen Reichs, 9. Jahrhundert. Einziges erhaltenes Exemplar des Kapitulare de Willis V. Curtis Imperii, Landgüterverordnung Karls des Großen, 9. Jahrhundert. Reichenauer Perikopenbuch Evangelista im Stil der ottonischen Buchmalerei, um 1000. Bernwald Psalter, liturgische Handschrift, 11. Jahrhundert. Abschrift des Leberfloridos von ca. 1150. Reich illustrierte mittelalterliche Enzyklopädie. Evangelia Heinrichs des Löwen. Ein Hauptwerk der deutschen Kunst des 12. Jahrhunderts. Minusgill 97, griechische Handschrift des Neuen Testaments aus dem 12. Jahrhundert. Autograf der Visio Gozalzi, Visionsbericht aus dem 12. Jahrhundert, ein Exemplar des Sachsenspiegels. Vergoldete Bilderhandschrift, 14. Jahrhundert. Schönreiner Liederhandschrift, mittelhochdeutsche Liederhandschrift von ca. 1330. Neun Bände der Corwinen, mit prachtvollem Buchschmuck ausgestattete Handschriften, 15. Jahrhundert zählen zum Weltdokumentenerbe. Kroneiken Hannover Annum Consulis Bernhardi Hohmeister, Chronik der Stadt Hannover für den Zeitraum 784-1614. Ein Manuskript mit dem Rinderproblem des Archimedes, das Lessing 1773 entdeckte. Drucke und andere Einzelwerke Ausgabe der Tabulae Rudolfine von 1627 mit handschriftlicher Widmung von Johannes Kepler für Herzog August. Einziges vollständiges Exemplar des niederdeutschen Tirepos Reynke-DVOS. 16-bändiges Herbarium von Johann Georg Sieg-Esbeck ca. 1735. Bilder. Aktuelle Tätigkeiten Seit 1983 werden in der Herzog-August-Bibliothek die Wolfenbütteler Schülerseminare durchgeführt. Es handelt sich dabei in der Regel um dreitägige Veranstaltungen, in denen Kurse der gymnasialen Oberstufe von Bibliothekspädagogen durchgeführt werden. Ein Thema anhand des Bibliotheksbestands vertiefen zu bearbeiten, oft mit dem Ziel einer Facharbeit. Ein modernes Projekt ist die Wolfenbütteler Digitale Bibliothek, ein Projekt, mit dem die Herzog-August-Bibliothek forschungsrelevante, besonders seltene, herausragende oder häufig genutzte Teile ihres Altbestandes in digitalisierter Form internationalen Forschern online zugänglich machen möchte. Die Digitalisierungsprojekte werden teilweise in überregionaler oder auch internationaler Kooperation mit Hilfe des eigens entwickelten Wolfenbütteler Buchspiegels durchgeführt. Am 23. Mai 2013 wurden die Digitalisate unter die Creative Commons Lizenz bei SA gestellt und zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. Gemäß Angaben der Bibliothek wurden inzwischen mehr als zwei, acht Millionen Seiten digitalisiert und über 17.000 alte Drucke und Handschriften der Allgemeinheit zugänglich gemacht.